Ich bin Zero. Oh, intriguing. Ich war derjenige, der dich hierher gebracht hat. Du hast sicherlich so viele Fragen für mich, als es in den Skagen gibt. So viele Fragen habe ich jetzt auch nicht. Aber interessant ist, dass es hier dann so Hologramm-Technologie gibt. Doch kein Teleporter war zu weit hergeholt. Wie ihr seht, ist das nur eine Rekordung. Ist er dann jemand von dem vorherigen Spiel? Aber das ist ja gar nicht so lange her. Ich denke immer, dass es viel länger her ist, als es eigentlich ist. Ich werde deshalb nicht direkt auf Fragen stellen. Okay, das ist auf einer Aufnahme. Aber ich kann nicht antworten. Ich habe mir gedacht, dass ich ihn an den Schiff nehmen habe, aber ich habe mir entschieden, dass das sehr fütig war and kept my bald fist at my side. Ich habe Futile. Es wird auch auf mehrere Arten ausgesprochen. Ich kenne das nicht nur als Futile. Manche sagen auch Feudal oder so. Das kenne ich gar nicht. Es gibt auch Resistance Feudal. Wo ich auch so dachte, das klingt falsch. Ja. Ich kenne auch nur Futile. Jetzt, wo zu Beginn? Es gibt viele Dinge, die ich euch erzähle. Aber införterlich ist unsere Zeit unabhängig. Wie gesagt, die Informationen, die ich anbieten kann, ist auch unabhängig. Ich habe zwei Dinge von großartig zu erzählen. Erstens, ich werde dir erzählen über Termiten. Ich habe mich ganz bestätigen. Ich habe mich gerade bewildert. Die Person, die dich verabschiedet hat und verabschiedet hat, ist zu erzählen über Insekten. Ich glaube, es ist gar nicht so fair. Aber das ist sehr wichtig. In einer Weise, es wird das Verabschiedet sein. Also, ich bedanke, dass du aufhörst. Hast du nie gesehen einen Termiten? Es sind eine sehr schöne Strukturen. Es kann sie sogar sagen, die Kunstwerke. Termiten sind natürliche Architekt. Und ihre Mounds sind beide strukturellig kundig und machen guter Use of Space. Also, folgen sie einen Plan, wie sie bauen? Sind sie Termite-Blueprinte? Detaillieren, welcher Raum geht wo? Nein, natürlich nicht. Was ist jetzt über DNA-Erinnerungen und sowas? Ich glaube schon, wahrscheinlich. Das ist wie... Ja... Der Termite ist gut. Aber ein Mensch macht. Wir können die elegante Formen der Alie-Kathedrall. Wir können den einfachen Schönst der der perfekte Funktionalität sehen. Wir können die wunderbare Planung der Struktur. In anderen Worten... Ich liebe Termite. ... die Schönst der Schönst der Termite bilde. Der Termite ist gut. Jetzt, wir sehen uns. Warum sind wir hier? Warum sind wir lieb? Warum sind wir lieb und geben, die wir zu leben? Warum sind wir kreiert? Warum sind wir die Wirkung? Wo sind unsere Kultur spring? Es gibt viele Teorien. Aber niemand weiß die Wahrheit. Wir sind die Oblivion-Cogs. In einer riesigen Maschine, in einer riesigen Mäßig von Millionen Jahren von Human-DNA. Keine Wunderschöne sehen Sie jetzt, was das Analog ist, zu illustrieren. Ja. Ich meine sagen, dass Menschen nicht anders sind von Termites. Wir trüde durch unsere Leben, mit kein größer Verständnis von unserem Hauptziel Ziel. Wir können sagen, wir nicht verstehen, was wir bauen. Nur eine Intelligenz, einer höheren Ordnung als unsere, kann verstehen, was wir tun. wie wir sehen, wie wir sehen können, wie wir diese Intelligenz sind. Wir können, wir bauen, eine Struktur, so perfekt, und elegant, wir können es gar nicht verstehen. Whatever es ist, wir haben sicher, auf eine Dimension, nur über die, die wir kennen, seit dem Zeitpunkt immemorial. Wenn wir wie die Termiten sind, was wir haben, ist wahrscheinlich etwas von großartig Schönheit. Und du siehst du, siehst du, oder hast du es bereits? Na, das ist genug auf diesem Thema, ich denke. Schau, was ich gesagt habe. Ich weiß jetzt viel mehr Bescheid. Diese Metapher funktioniert doch nicht so wirklich, weil wir haben noch Kameras, wir können nur einfach rauszoomen, wir sehen noch den Planeten. Also, dann ist er halt auf die Metaphorische, eh nicht auf die Metaphorische, aber auf die übernatürliche Ebene gegangen, dass es andere Dimensionen gibt, okay. Aber ich weiß nicht, wie viel wir auf anderen Dimensionen bauen. Bin ich überzeugt von der Metapher. Na, all die, äh, Toten in der Geisterwelt zum Beispiel. Wow. 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 So, second point. Beef. Let's move on to the second topic. Ich bin sehr gespannt. It is somewhat more immediately meaningful to your life. Yes. And in fact, the lives of several billion other people. Yes, please. I realize this is rather sudden, but I have a password for you. Uh. It is the password to disarm the bomb numbered one. B-b-b-bomb? Are you ready? I will only say this once. So pay close attention. The password to disarm the number one bomb is... B-Q-Z. R-G-J. D-X-R. Wörter. Wir hätten ja eins von in die U bekommen. Oh, stimmt. Äh, save screenshot... Also, ich weiß nicht mehr genau was das für eine Nummer war. I had no idea what he was talking about. What bomb? Ach stimmt, wir wissen das ja in der Timeline gar nicht. Was he saying there were bombs too? If he'd guessed at my future confusion, he showed no sign of it. Oh, jetzt wissen wir natürlich nicht, auf dem Spielschirm welche Nummer. Also welche... Also das war one. Ja, okay. Also die Directors Nummer war one. Meinst du, das können wir uns merken? Ich verzweifle es. Doch, bestimmt. Willst du es dann in drei Monaten brauchen? Oh, however, I have a warning. You cannot tell any of your companions what you heard or saw here. If you do, you will be penalized immediately. I hope we will meet again someday. We would have much to discuss. Wir haben nicht so ganz wegfaden. Goddammit, you can't just spout all that crap and disappear. I found myself yelling at MTR. Ach so. Ja. The hologram had disappeared. Kommt wieder Ambidex-Ansage gleich. Also wir wissen, wir kennen nicht das Big Picture und hier sind Bombers vor. Das sind die beiden Sachen, die wir verhandeln haben. Und Termiten. What kind of an idiot does he take me for? Termites? Other dimensions? How could that have anything to do with kidnapping us? Shit. I kicked out a nearby shelf. Oh crap, I need to get back. Not like there is any point staying here. Geh dann neben Temuji und Dings vielleicht doch einfach ganz normal. Und wir haben uns wirklich nur verpasst. Und es war einfach nur, damit wir hier nochmal herkommen. I spun around and ran out of the room toward the warehouse. Aber wer weiß, ob die zwei da nichts gehört haben hier. Papa! Schau, Mr. Sigma ist zurück! Hm, das hat dir lange genug. Ja, das war zu erklären jetzt. Also, äh... Ich hab ein Buch gefunden über Termiten. Der Brandy. Wo, wo sind die anderen? In der AB-Ruße. Sie waren schon in? Ja. Warum haben Sie nicht? Hast du mich erwartet? Ja, Grandpa sagte, es gab etwas, was er dir hatte, bevor wir gewählt haben, egal was. Oh. Oh. Und du hattest zu mir, dass, no matter what? Seems kind of pointless. I mean, words are cheap. You can promise whatever you want. True. Aber wir haben etwas zu backen. Just hear me out. Okay. Go ahead. Quark und ich haben 8 BP. Wir sind bereits auf dem Home-Stretch. So, was wir brauchen, um die Magic-Nummer zu kommen? Well, wir brauchen Sie, um dich zu wählen. Wenn Sie das machen, dann geht das. It doesn't really matter to us, what we pick. You'd get to 9, whether you get 2 or 3 points. Exactly. That being the case, we don't have any reason to betray you. And if we both choose Ally, we both gain points. True, but you must have considered that I'll choose Betray. That would mean you'd choose Betray to protect yourself. That's why we're telling you we won't choose Betray. Flawless. Fucking bulletproof. Of course. Can I trust you? All right. Tell me one thing. Let's say we do this and both Ally, everybody, gets 2 points. That means you and Quark will have enough to leave, which is great for you. But I'll be stuck with a measly 5. How do I know you aren't going to just open the number 9 door and leave us in a lurch? I can guarantee it. I can give you my word. I will not open the number 9 door, even if I have enough points to do so. I swear it. We aren't going to abandon everybody else just so we can escape. I swear to. I promise. Man. So all you've got is a promise, huh? When I make a promise, I keep it. Trust me. Please. You've got to trust us. I don't. I so don't. All right. Fine. Also ich glaube Ihnen, dass Sie Ally nehmen. Ich glaube nicht, dass Sie unbedingt warten, wenn Sie einen Punkt haben. I trust you. Ich kann mir vorstellen, dass Sie auch Betray-Name haben, um sicher zu gehen, weil die haben nichts zu verlieren. Ja. Ja, stimmt. Mit dem sind sie und fielen in die A-B-Rolle, 2nd von der Reise. Wie war das, wenn beide Betray-Name? Dann passiert nichts. Nichts, ne? Plus mir ist null. Ja. Ich glaube, ich sollte gehen. Die können einfach warten, bis sie gegen jemanden antreten, der auch 7 oder 8 Punkte hat. Ja. Und dann kann man garantiert beide Ally nehmen, weil warum sollte irgendjemand Betray machen? Start. Wir fangen aber wie immer erst mit Ally. One minute. Remain. Finde ich aber super lustig, wenn die uns jetzt fahren. I had a decision to make. Should I trust Quark and Temuji? Well, I could believe they were telling the truth and still betray them. That would bring my BP up to 6. I'd be that much closer to 9. And choosing betray would guarantee that they wouldn't try and escape without the rest of us. Betray seemed like the safe bet. But... Please! Please! You've got to trust us! You've got to choose Ally! You promised! Temuji, I could betray easily enough, but Quark... Also, ich würde es eher andersrum sagen. What the hell was I going to do? 10 seconds remain. 9, 7, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Weil ich würde ihnen weder glauben, dass sie, ähm, nicht gehen, noch dass sie auf jeden Fall Ally nehmen. Können wir gleich sehen. Ja. Einfach mal Zero gesehen. Einfach mal Zero gesehen. Results from Round 3 of the Ambidex Game. Please direct... Wir versprechen's dir! Was für Arsch! Aber ich werde dir deswegen jetzt mit Absicht vergessen, damit sie diesen Plan machen können. Ja, ja, ja. Alice, Phi und Dio, das wundert mich überhaupt nicht. Du hast einen Punkt. Oh ja, krass. Du und Phi, ihr habt beide einen Punkt. Ach, und Clover hat auch 11. Guck mal. Ja. Krass. Äh, Kay wurde verraten. Das war garantiert Clover. Ja, das stimmt. Also, auf der andere Seite hast du nur noch einen Punkt. Wird ich auch befreundet. Hm, stimmt, weil sonst wäre es ins Minus gegangen. Du feierst auch nur einen Punkt. Genau, stimmt. Du hast jetzt auch nur noch einen Punkt. Ja. Das ist pretty shit. Aber ich glaube nicht, dass man noch eine Spiel-Runde spielen muss. Wie geht das nochmal vermuten? Yep. Was will, ist das super? Hey, what the hell, guys? Why'd you betray me? Kork had nothing to do with this. I made the vote. Grandpa. Alright, fine. Why'd you break your promise, Demiugi? I only promised you one thing. We wouldn't open the number nine door, even if we got nine points. Again with this shit. What? So, you're not going to leave? Not what I said. Of course we're going to leave. What? Look. Achso, und Clover macht die Tür auf. Ah, ich krieg den hier. Ah! Wow. Eigentlich wäre das trotzdem sehr, sehr bedenklich. Was für Arschlöcher. See Clover over there? What? Come on. Don't tell me. You fucking asshole. Aber das ist wirklich... Also das ist mit Abstand das Arschigste, weil bei Dior erwartet man es ja noch so, aber das ist ja wirklich nur... Na ja, Kay hat das gleiche abgezogen. Ich habe dir nie versprochen, dass ich es auch mache. Ja. Aber das hatte noch so zwei Ebenen einfach. Oh, wow. Oh, jeez. That bitch. Wait. Quark and Tenmioji have... Mm-hmm. The words were barely out of her mouth when Temmujie and Quark ran past. No! Goddammit! Oh, wie arschig das ist. Clover, are you really going to leave? Well, yeah. Why else would I open the door? Yeah. Fuck you all. Oh, boy. I'm going to go call the others, so we can capture Zero Senior. Wie ist das? Tenmioji, are you and Quark going to? Yeah. Ja, und Alice ist ja auch tot, also bei ihr wundert es mich ehrlich gesagt gar nicht. Freeze the soul. Wenn du weißt ja noch, freeze the soul. Ja, stimmt, ja, ja. Oh, Gott. Oh mein Gott. Es passiert so viel in diesem Spiel. So, Sigma. Happy? I kept my promise. What the fuck? Du dummes Arschloch. Jetzt raffst dich doch in. Like hell, I'm happy. That's some shady shit, Timmyoji. Say so. I have to get out of here. And that's that. He's got to pay for what he's done. He? Zero. You mean you know who Zero Senior is? Yeah, no point keeping it a secret now, I suppose. I know exactly who Zero Senior is. What? Jetzt wird wieder zu. Oder sagt er nur das und geht jetzt. Das ist sehr wahrscheinlich. Ja, natürlich, weil er hat ja nur neun Sekunden. Aber er hat auch gesagt. Ja, er ist war keine Sinus, dass er weiß, wer es Sinus ist. It will remain open for nine seconds. Let's go. Come on, guys. Time to move. Right. Oh, wait. This is for you, Mr. Sigma. Spuckt in unseres Gesicht. Quarket something out. A photo? Ne. I look down to see two pieces of folded paper. What is this? It's a letter. I wrote it in the director's office before the A.B. game. I wanted to tell you what kind of guy Grandpa is. So, read it, okay? He pressed it into my hand. See you later, Mr. Sigma. Then he turned and ran toward the door. Chimuji and Clover following in his footsteps. I was so surprised by the letter, that I didn't even try to stop them, before I could think of anything to say. Goodbye. Goodbye, assholes. Well, well, well. Wollt bitte Hilfe. Ich frage mich halt bei diesem Punkt, warum ich einfach komplett lügen. Dieses, ich hab dich nicht angelogen. Ja, naja, weil man sich selbst halt nicht so als Bösewicht darstellen will, weißt du? The number nine door has closed. This ends. Thank you. As the game is over. Escape, please. Haben wir doch alle schon gehört. Ich finde irgendwie immer noch super. Escape is not as possible. Please enjoy your stay. Shit. Essen gibt's ja. They're gone. All we can do now is hope they bring help back. Die was? Die Anbänder. I agree. I looked down at Quark's letter and slowly unfolded it. Das ist nur so ein Ha Ha steht da einfach nur drauf. He Penis draufgezeichnet. His handwriting was slightly uneven, but he filled both pages with writing I began to read. Ich würde das jetzt vorlesen, auch meine Stimme wird da ein bisschen versagen. Okay. It was a really stormy day when he found me. He said the rain was coming down so hard it almost hurt, but somehow he managed to hear a baby crying. I guess I must have been crying pretty loud. He took me home and did his best to raise me, but he'd never been married or had a kid before, so I think it was really hard for him. He couldn't figure out how to mix the formula, so he was always carrying the directions around with him. What? I think formula is also ready to eat, so if you have a baby eating, that's the formula. Also I guess it was pretty picky eater, so if he didn't get the water to formula ratio just right, I wouldn't eat it. I guess it was kind of a pain, huh? But he didn't give up, and now here I am. When he found me, I was really, really small, and he was worried that I might not make it. That's why he named me Quark. A quark is a really, really small thing, and I was really, really small too. Grandpa didn't need to worry, though, because it turned out that I was pretty tough. When I was one, he forgot I was sleeping in the bed of his truck and drove off. I rolled out and went off the back, but I didn't even get scratched. Wow. I started walking when I was two, and when he wasn't looking, I fell down the stairs. I didn't get hurt then either. I'm super bad. When I was three, I got really sick. I had a super high fever for a week, but eventually I got better. I guess you could say I'm pretty lucky. Anyway, I didn't really have any more accidents after that, and I was a pretty healthy kid. By the time I was six, I had started helping Grandpa out with his work. His job was to gather junk from abandoned buildings. Like me. Then he'd fix it up or pull out the useful parts and sell them. Like me. Yeah, I was right saying, abandoned life was for somewhere else. Actually, he just wanted to grow up my bones. There were plenty of abandoned buildings, but finding good stuff in them was hard. You had to know, which parts were useful, or you could end up wasting a bunch of time. No, we just found more babies. Every time I'd find something, he'd explain to me what it was, how it was supposed to work, how to fix it, all sorts of things. Usually, though, I just wanted to finish up work, so I could go to the theater. The theater came to our town once a week in a wagon. They'd show old news or movies. I went every single week, but Grandpa only went once in a while, and he'd only go weeks, when they showed movies. I'd say, I'd like to go to the mobile cinema, to watch a bit of old news. That's very funny. Oh yeah, I didn't know what I had been adopted until I was seven. One of the other kids on my blog told me, I guess after Grandpa found me, he looked all over town to try and find somebody who'd take me. The kid from my blog actually had a mom, and he'd asked her if she would take me too. I gotta admit, I was pretty shocked when I heard that. There weren't a lot of kids with parents around, so hearing that someone lived with his actual mom was pretty impressive. I was also kind of surprised that Grandpa had tried to get someone else to take me in. Did that mean he didn't want me? The kid who told me about Grandpa trying to get rid of me was a real jerk. He was totally spoiled, and he'd brag to everybody about how he had a mom. He liked to come up to me while I was working and say stuff like, must be hard not having a mom. It never bothered me before, but after I found out that Grandpa had adopted me, I started to think that maybe he didn't really want me. If I could work on my own, then he could get rid of me. I was scared to know the truth, so I never asked him. Then one day he took me to the bar in our neighborhood. During the day, of course. He went there sometimes to drink scotch, but I'd never gone before. When we got in, he just walked up to the counter with that grumpy look he has, and I thought, oh no, he's gonna make me work here, but I was wrong. I saw him pass something to the bar ten, and then he picked me up and sat me down on a stool next to the counter. The stool was pretty high, especially for a seven-year-old kid, and my legs just dangled off of it. It seemed really, really high to me, and I was pretty nervous. Eventually, the bartender came back over with a glass of scotch and another big glass full of something else. As I looked closer, I realized that the second glass was full of some sort of brown liquid with a scoop of ice cream in it. It took me a minute to realize what it was. A root beer float. I'd never seen one before. I was so surprised. Root beer was even more expensive than the nicest alcohol in the bar. To me and the other kids, it seemed more like an urban legend than a real drink. But there it was, right in front of me. I stared at the float, I still wasn't sure it was real at that point, and then turned to look at Grandpa. He looked back at me. I didn't know what to do, so I turned to the bartender. He'd already turned around and moved off, though, so I figured he must have put the glass down in front of me on purpose. It still didn't seem like it could be real, and I was just staring at it when Grandpa told me to hurry up and drink it before the ice cream melted. His gruff voice sounded like an angel's. Is this really mine? He nodded. Words can't describe how awesome it was. I'd never tasted anything like root beer before. The creamy sweetness of the ice cream made my entire head feel light. I felt like the luckiest boy in the whole world. That's not an exaggeration. I really thought that. The root beer float was delicious, but what made me even happier was Grandpa. When I looked over at him, he was smiling. I know it's gotta be hard for you to imagine, but he really was. Right then, I didn't care whether he'd just found me and adopted me or not. He'd brought me a root beer float. That made me way luckier than some kid who had a mother but had never tasted root beer. Fuck your mom. I've got root beer. So Grandpa and I were doing pretty good. Until the fight. I was in a super bad mood that day. I'd torn one of my shoes that morning and some old drunk guy had yelled at me. All the junk I found was totally useless. The day was almost over and I was fed up, so I just grabbed some random trash and took it back to the house. When I showed what I'd found Grandpa, he frowned. He started going through each thing I brought back, explaining why they were all useless. I got really mad and just yelled, I don't care. Then he got mad and I couldn't take it anymore, so I ran away. I was pretty upset and I started thinking that maybe Grandpa had only adopted me so he could raise me to work and make money for him. After a while, I went and hid in an abandoned building, but by then I'd started to calm down and think that maybe I should go back and apologize. It had started raining pretty hard though, so I decided I should wait for it to stop. But that was just an excuse. The truth was that I was nervous. Part of me knew I'd done something wrong, but I didn't want to admit it. The rain didn't stop though, so I just sat there staring out at the gloomy gray sky. I imagined Grandpa coming to get me. Kept raining all night and he never showed up. I gave up waiting and decided it was time to go home. I was about halfway there when I heard somebody groaning. At first I thought I should just ignore it and not get involved, but I went over anyway and it was Grandpa. He was totally soaked and I could tell right away that he'd been there for a really long time. I yelled and he opened his eyes a little bit. He smiled weakly and said he was glad I was safe. He'd spent all night out in the rain looking for me. I felt awful. Grandpa had been out in the rain looking for me so long that he'd collapsed. I was horrible. He'd heard me crying in the rain, but I hadn't heard him. As I ran to get the doctor, I promised whatever God might be listening that if they would only save Grandpa, I'd never ask for another root beer float ever again. He got a real bad fever and his temperature wouldn't go down for days. The doctor said that if he kept up, he'd die. If he'd kept up. If he died, then I'd be all alone. There wouldn't be anybody left to care about me. The thought of that happening terrified me. Fortunately, I must have passed some of my luck on to Grandpa because a week later his fever finally broke. I was glad he wasn't going to die, but I was also a little scared. What if he had decided he didn't want a stupid kid like me around anymore? My plan was to apologize as soon as he woke up, but when the moment came, my brain just stopped. Grandpa started to talk and it took me a minute to realize he was apologizing. I didn't know what to think. He explained that he was an old man and that meant he was probably going to die sooner rather than later. He was strict with me because he wanted to make sure I'd be able to make it on my own after he was gone, but maybe he'd been a little too strict. All of the things I'd worried about had been stupid and selfish. Grandpa cared about me a whole lot. He'd been worried when I ran off and he'd gone out into the rain to look for me. I tried to apologize, but when I opened my mouth, I just started crying. I don't think I've cried that much since I was a baby, but he just smiled and patted my head. I asked him if he'd ever regretted adopting me. His eyes got all white and he said, of course not. He told me that he was looking for a really important lady and because of that he had given up on pretty much everything else in his life. But when he took me in and started raising me, he felt like he'd gotten some of what he lost back. That was when I decided I'd stay with him forever. Even if he said I couldn't. Meant der Akane. Und er hat ja auch diese Verbindung zu der Frau, die gestorben ist in dem einen Run, wo wir nicht so ganz wissen, was da los ist. Die ja eigentlich auch ein Teilnehmer sein soll. Mhm. Die haben es mit der Geschichte fast geschafft, dass ich mich um Quark kümmere. Das ist eine echte Leistung. Du würdest ja Quark auch viel mehr mögen, wenn er nicht die Stimme hätte, die er hat. Ja, ich hab's ja auf Japanisch gespielt, hab ich aber irgendwie auch nicht so gemocht. Weil ich meine, er macht halt nicht so viel. Ist halt vor allem. Ja. Oh man. Ich frag mich echt, wo das noch hingehen soll, wenn das alles, weil es gibt, es ist ja wirklich, du kannst sie ja nicht mehr an einer Hand abzählen, die Fragen, die man hat. Nope. Ich hab ne Frage, wer die alte Frau ist, die, äh, da war ich, ich hab die Frage, warum er Temuji im Bild von Akane hat. Ich hab die Frage, was mit Alice und Clover, was deren eigentlicher Deal ist, wofür die da arbeiten, auch wenn sich das schon so ein bisschen herausstellt. Was die Sache ist mit dieser komischen Organisation da. Free the Soul. Free the Soul, genau. Boah, Left. Erinnern sich ja alles. Ja, 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 was die Sache ist mit dem Zero und ob der, ob und welche Verbindung er vielleicht zum Vorgänger hat, was die Sache ist mit Radical Six und dem ganzen Planeten, der gerade stirbt. Ja, ich frag... Wahrscheinlich noch diverse andere, die mir halt gar nicht einfallen. Das hab ich da auch in meinem Review gesagt, äh, Review-Video hierzu, dass ich mir nicht wirklich vorstellen kann, wie diese Geschichte geschrieben wurde. Weil die ist, da sind so unfassbar viele Storylines drin und die wurden, die wurden auf diese Art und Weise erzählt, dass ich mir dieses Storyboard halt vorstellen muss, wie das Dinge connected sind. Und da krieg ich halt Kopfschmerzen von, wenn ich mir drüber nachdenke. Ja, ja. In Root Beer Veritas. Das wär gut. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, ergibt ein bisschen mehr Sinn als sieben. Macht Sinn, ne? Ich könnte sagen, neun ist nicht viel Sinn. Komm, wie krass das ist, wir haben noch zwei Reals vor Räumen und noch sieben enden. Das ist wirklich krass. Wobei, also das kam ja jetzt relativ schnell, deswegen wundert mich das gar nicht so sehr. Wollen wir mal noch die andere Seite einmal sehen? Genau. Du, Jusk, du Job. Ich vermute mal, da wird jetzt gar nichts bei kommen, nur Clover wird das abhauen. Das wird einfach so ein Game Over sein, ne? Genau, wird das Clover abhauen. Oder es gibt das Clover-Ending, wer weiß. Clover gibt uns einen Settel. I hate you all. Fuck you all. Das ist Tim Uji, das Quark, das man eh mal alles geschrieben hat, ne? Ja, ja, das waren wirklich keine zwei Seiten, die da standen. Außer beide Seiten sind auf beiden Seiten. Ja, selbst dann war es viel. Voll beschrieben. Ich glaube, das hat er sogar gesagt. Ja, ja, ja. Das stimmt. I forgot. Betray. Das ist wirklich so gut. Der Hammer, ey. Tim Uji, ey. Ihr Penner. Hä, was? Ich hab doch auch mein Versprechen gehalten. Du weißt genau, was wir meinen. Wer noch gesagt hat, na, bist du glücklich, dass ich mein Versprechen gehalten habe. Was soll denn das? Hier ist ein Zettel. Mein Opa ist wirklich toll. Die Musik war sehr gut. Trotzdem ein bisschen ein Arsch. Ich mag diese Pause, die sie beim Letzten immer machen. Hm. Haha. So, jetzt knocken wir mal Clover einfach direkt aus. Ich kann nur direkt zu Kay rufen. Hit her. Punch her in the face. Sucker Punch. Hey, what's the deal? Quark hat nichts zu tun mit dem. Ich entrierte das Verteil. So, warum hat ihr die Wahl gebetracht? Können ich euch das gleiche Frage fragen? Ich glaube nicht, das ist die Zeit für eine Kampf. Schau, Clover ist über die Tür. Yep. What? Ja, das würde super schnell vorbei sein. Das ist gar keine Diskussion. Einfach so, game over. Tschüss, goodbye. Fuck y'all. Das finde ich sehr gut. Das ging noch nie so schnell. Aber da waren ja zwei Fragezeichen. Naja, das eine ist immer der Ding und das andere ist game over. Also das eine ist die Sequenz und das andere ist game over. Ach so. Das ist immer als separaten Endscreen. Fuck, sie öffnete es. Ugh. Warum? Clover, warte. Haha, und ihr wart kurz davor. Tja. Clover, what the hell do you think you're doing? I'm going to call the others. What? I'll get justice for Alice. Justice? Wait, do you mean... Do you mean... Do you mean... The agency? Man in black. Alice. The number nine door has been... It will remain open for... Time for me to go. No! Please, Clover, wait! Like hell, I'm just going to let you walk out of here. She's nimble. Caught one last glimpse of her face and she slid through the door. It was a mask of ice. The number nine. This thing as the game is game, please. Sorry, ich muss mit dem Zettel machen, Opa. Stimmt. Aber ich habe eine Geschichte. Die lese ich euch jetzt alle vor. Okay, nee, ist wirklich einfach... Gut, dann hätte sich das aber schnell geklärt. Ja, wissen wir schon mal, was hier passiert ist. Ja. So, wir brauchen noch ein... Ich glaube, die offenen Sachen, also neben natürlich dem ganzen anderen Kram, ist halt ein Passwort brauchen wir noch für Bombe und ein Computer-Passwort. Oh, krass, wie tief das hier geht. Also, hier war das mit dem Computer-Passwort. Was war denn hier? How can 5NK be saved? Oh ja, da waren einfach die letzten Überlebenden. Oh, hier haben wir noch eins. Genau. Was wir noch nicht gemacht haben. Genau, ich will nur mal wissen, was die Fragezeichen waren. Five Minutes of Life. Keine Ahnung mehr, was das war. Nee, ich glaube, das war das, wo wir injiziert wurden mit dem Kram. Ah, richtig, wo wir dachten, dass der Game Over war. Genau, und dann kam, nee, to be continued. Beziehungsweise steht da to be continued, wenn man nicht weiß, was es ist. Ja. Und hier haben wir noch so einen ganzen Strang, der nicht... Nee, doch, der ist ja offen, ne? Der davor. Ja, ich meine nur, den wir noch nicht gemacht haben. Who planted the bomb? Who planted the bomb? Genau, was war das, was wir haben? Das war doch einfach nur, wo ist das andere Exceller-Bier, ne? Was meinst du? Das links, wo, ja. Das, genau. Das? Ja. There is enough enter. Genau, weil wir wissen ja, wo das andere war. Somewhere, deswegen ist das ja blau, weil wir das da noch weitermachen können. Ach, das könnte man jetzt schon machen? Genau. Okay. Was? Warum haben wir das hier nie gemacht? Naja, weil wir erst, wir gehen ja von links nach rechts. Ach stimmt, wir kommen gerade von hier oben. Genau. Achso, sorry. Das heißt, das hier wäre das nächste. Genau.